Heute geht es um eine Redewendung, die mit Liebe zu tun hat. Hallo, liebe Deutschlernende! Die heutige Redewendung lautet Jemanden den Kopf verdrehen. Wenn ich jemanden sehr mag, wenn ich jemanden sehr attraktiv finde, was mache ich dann, wenn ich dieser Person begegne und die Person woanders hingeht? Dann drehe ich mich natürlich nach ihr um. Angenommen, ich sehe eine schöne Frau auf der Straße. Sie kommt mir entgegen, sie geht an mir vorbei und dann verdrehe ich meinen Kopf. Ich schaue mich nach ihr um. Sie hat mir den Kopf verdreht. Und das bedeutet nichts anderes als jemanden in sich verliebt machen. Wenn sie mir den Kopf verdreht, dann habe ich mich in sie verliebt. Wenn ich jemanden den Kopf verdrehe, dann hat dieser jemand sich in mich verliebt. Das bedeutet die heutige Redewendung. Und ich denke, es ist eine sehr schöne Redewendung. Du hast heute wieder etwas gelernt und wir sehen uns morgen. Schönen Sonntag noch! Schönen Sonntag noch! Vielen Dank.